Als ich ein kleines Mädchen war, fing alles an. Jede Fahrt zur Reitstunde war ein Erlebnis. Die Pferde faszinierten und begeisterten mich in jedem Moment. Mein erstes eigenes Pony war mein größtes Glück. Im Stall fand ich wahre Freunde und die Pferdewelt eroberte endgültig mein Herz. Die Leidenschaft fürs Reiten wollte ich allen zeigen. Ich spürte die immer stärker werdende Verbindung zu meinem Pferd. Das gegenseitige Vertrauen. Und die Kraft, die es mit mir teilte. Als ich älter wurde, genoss ich immer mehr die Ruhe und Entspannung, die ich im Stall fand. Das Reiten in der Natur und die Liebe zum Pferd ließ mich oft alles andere um mich herum vergessen. Heute ist meine Tochter das kleine Mädchen, das diese besondere Welt entdeckt. Die Verantwortung für die Pferde, die Wärme und die Geborgenheit, das wird sie alles erfahren. Denn Reiten ist mehr als ein Sport. Wenn dir das klar wird, dann bist du Reiter mit ganzer Seele. In jedem Moment ein Leben lang. Waldhausen. Die ganze Welt des Reitsports.